Teil 13 Zimmer 333 Samstag, 23.30 Uhr Carlo schloss die Zimmertür auf und werf seine Jacke achtlos auf das Bett. Er streckte sich und gähnte. Nachdem sie die zwei in Rotherhithe abgesetzt hatten, lud er Britta auf einen Drink an der Hotelbar ein. Sie arbeiteten jetzt schon eine Weile zusammen und verstanden sich privat sowie geschäftlich prächtig. Britta war so unkompliziert. Morgen war Sonntag und sie waren für den frühen Nachmittag verabredet. Die Tate Modern stand auf dem Programm. Hinterher ging es zum 5 Uhr Tee bei Rose. Komisch, noch nie hatte Brittas Mann sie an einem der freien Tage besucht, obwohl es nur ein kurzer Flug von Stockholm nach London war. Naja, er wollte nicht nachfragen. Er selbst schätzte es auch, dass Britta sich nicht allzu sehr für sein Privatleben interessierte. Carlo wurden immer allerhand Frauengeschichten nachgesagt. Er war groß, sportlich, sah typisch italienisch aus. Dazu war er beruflich erfolgreich, sprach mehrere Sprachen. Es waren die passenden Ingredienzchen für ein Casanova-Image. Jetzt dichteten die Kollegen Britta und ihm sicher eine Affäre an. Es war ihm egal. Carlo summte vor sich hin und schaltete den Laptop an, um seinem Freund eine E-Mail zu schreiben. Blue kugelte sich aus der Tasche des Jacketts und kullerte in die Kuhle des Doppelbettes. Sie transmäxte und robbte an den Bettrand. Von dort aus konnte sie Carlo gut beobachten. Er tippte am Laptop, summte vor sich hin und war ganz vertieft. Sie ortete seine prall gefüllte Aktentasche, orientierte sich im Raum und glitt vom Bett, um sich darunter zu verstecken. Der schwarz gekleidete Mann kletterte an der glatten Häuserfassade nach oben, unauffällig und geschickt wie ein Eichhörnchen. Er erreichte einen schmalen Fenstersims und balancierte konzentriert. Der Mann zog ein Cuttermesser aus seiner Tasche und schlitzte die Fensterscheibe lautlos auf. Er hob das Glas vorsichtig nach innen und gelangte geräuschlos in das Gebäude. Es war das richtige Vorzimmer. Hoffentlich konnte er das verdammte Schloss knacken. Mit flinken Fingern gab er den Code ein. Ein rotes Licht blinkte auf. Er hörte Schritte nahen. Sein Herz begann zu rasen. Schnell weg. Er öffnete die Tür zum Flur und rannte. Nein, flog durch Korridore, durch verwinkelte Treppenaufgänge, durch endlose Zimmerfluchten. Rannte und rannte. Hoffentlich hatte er seine Verfolger abgehängt. Völlig außer Atem lehnte er sich an eine Tür, die hinter einem Vorsprung versteckt war. Er vernahm wieder Schritte. Er drückte sich in die Ecke der Tür und versuchte verzweifelt, sich unsichtbar zu machen. Zwei Riesen, ungeheuer muskulöse Typen schlichen an dem Vorsprung vorbei. Sein Herzschlag setzte einen Augenblick aus. Er konnte nicht glauben, dass die zwei ihn übersehen hatten. Seine Kleider klebten nassgeschwitzt wie eine zweite Haut an seinem schmalen Körper. Kalter Angstschweiß floss ihm von der Stirn. Als er zurückschleichen wollte, öffnete sich die Tür hinter ihm abrupt. Er wurde von eisenharten Armen gepackt und in das Zimmer gezerrt. Sie überwältigten ihn und fesselten ihn an einen Stuhl. Seine Augen wurden mit einem mutrigen Tuch verbunden und der Mund geknebelt. Er hatte das Gefühl zu ersticken. Würden sie ihn foltern? Würden sie ihn quälen? Würde er es aushalten? Oder würde er alles verraten? Er spürte ein Typen am Ohr und schrie auf. Psst, alles ist gut. Ich bin's, wisperte Green. Alles in Ordnung. Du hast nur schlecht geträumt. Green kletterte in Raymonds Haar und strich ihm sanft über die Stirn. Der Junge hatte sein Bett zerwühlt und lag schweißgebadet zwischen den Laken. Alles in Ordnung. Ich bin bei dir, murmelte Green weiterhin beruhigend. Raymond riss die Augen auf und kam langsam zu sich. Oh Gott, ich hatte einen furchtbaren Albtraum. Ich wollte Red aus den Fängen des Secret Service retten und bin erwischt worden. Es war grauenhaft. Sie wollten mich foltern. Die Worte halten in seinem Kopf nach und wieder kroch ihm ein Schauer über den ganzen Körper. Foltern? Absolut abscheulich, oder? Wir kannten das gar nicht. Blue ist auf diese Sachen gestoßen. Menschen haben einige brutale Verhaltensweisen, die wir überhaupt nicht verstehen. Raymond rappelte sich auf. Früher dachte ich, sowas gäbe es nur in Spionage- und Gangsterfilmen. Aber seit dem Irakkrieg weiß jeder, dass die Militärgeheimdienste und so auch heute noch foltern, um an Informationen zu kommen. Da gesteht ein Mensch doch sicher auch Sachen, die er gar nicht gemacht hat, nur um der Pein zu entgehen, oder? Ja, das kann ich mir gut vorstellen, stöhnte Raymond. Sein Albtraum steckte ihm noch in den Knochen. Auf Roxk gibt es nichts Vergleichbares. Und wenn mich auf eurer Ebene jemand in die Mangel nehmen würde, würde ich einfach transmexken, und der Folterer könnte sich die Zähne an mir ausbeißen. In Metallform sind wir so beinhart, da kommt nix gegen an. Aber ihr Menschen seid so weich und verletzbar. Green schüttelte sich. Sein Körper wurde jetzt von einer Gänsehaut überzogen. Spitze grüne Hügelchen. Wir geben ein hübsches Bild ab. Ein schweißgebadeter Kerl und ein sich gruselndes Chromaxk. Raymond lächelte wieder. Warum hast du vom Secret Service geträumt? Denkt ihr, dass der Geheimdienst Red festhält, oder war das nur eine Albtraumfantasie? Albtraumfantasie? Hoffentlich. Raymond erzählte Green, was sie von Carlo erfahren hatten. Und du? Was hast du im Internet ausgegraben? Der Junge war jetzt hellwach. Einiges, was sich mit deinen Infos deckt. Der Quantenrechner war nicht in Genf, als Red verschwand, sondern in London. Weitere Spuren habe ich noch keine, erzählte Green müde. Weißt du, welcher Stadtteil es war, oder den Straßennamen? Fragte Raymond mit gerunzelter Stirn und grapschte den Stadtplan, der zerknautscht auf der Ablage am Fußende des Bettes lag. Ich kann dir sogar das Gebäude nennen. Es heißt Vauxhall Cross. Sie haben dort eigene Server. Der Laden ist ziemlich unabhängig von außen, antwortete Green. Vauxhall Cross. Oh shit. Er pfefferte den Plan in die Ecke zurück. Ich hatte gehofft, dass Chrissy diesmal nicht recht hat. Warum haben sie den blöden Quantenrechner nicht bei irgendeinem x-beliebigen Informationsservice gecheckt? Green schaute ihn fragend an. Vauxhall Cross ist der Sitz des MI6. Das ist die Härte, der britische Geheimdienst, jollte Raymond. Da können wir gleich einpacken. Lass uns schlafen. Ich bin ausgepowert, fix und fertig und brauch ein bisschen Zeit, bat Green. Kann ich an dein Ohr? Raymond nickte und ein kleines Lächeln schlich sich auf sein Gesicht. Mach nur. Raymond schüttelte sein Bett auf und kuschelte sich hinein. Anfangs hatte ihn das Auftauchen der Scromax tierisch genervt. Aber mittlerweile hatten ihn die beiden ganz schön eingewickelt. Das war Teil 13 von Scromax London die Suche. Alle Hörbuchteile zum freien Download auf Scromax.de 1. 3. 6. 10. 11.